Ehm. Ah ja. Ja, gebt mir jetzt echt Gas hier, Leute. Ich will mal was sehen. Oh, Finger. Dann fällt ihm nicht mal laut. Pass mal auf, ey. Tank dir mal so, dass er ja nicht in meiner Runde steht, wenn es geht. Danke. Alter. Ja. Pass mal auf jetzt hier, ne? Alter, mein Mann spielt hier einfach runter. Ah ja. Ich vertraue dem Schaudi, ich schaue da vorne dran an. Da, Hems, mach das. Okay. Nein, Mann, nicht. Alle sind so bereit, ich fang an. Target Seelentrainer hat er dir nur dahin geschrieben. Oh, schön dahinter kugeln. Oh, fuck, hier. Ich hab gute Puppe, Antrimus runter. Matze, Matze, Kron, ja? Nein, es ist sieber. Nein, es ist sieber. Ah, es ist sieber. Boah, also da fehlt so viel Damage, Alter. Tote mit 10. Tote mit 10. Tote mit Bar rein. Tote mit Bar rein. Ich bin wieder hoch. Er hat Bootopu, ich seh's gerade noch nicht. Ich hab Bootopu, aber du kannst reinhutschen. Oh, jetzt muss man die in Right Frame 1 das hinziehen Ihr dürft euch hier oben auch gern ein paar defensive cooldowns zügen, gell? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das macht, als die die Voodoo-Puppe haben Okay, ich kann mal rein Ich muss wieder rein, an die Platte oben Ja Auch wieder rein Ich hab mir das hin Ich geh als nächstes an Artie Ins Totem rein, zack, zack, zack Sind alle drin? Ich seh nur zwei, Siva Ja Amstern kommst du da ran, wenn du oben bist und spottet's Emelie Nächst Totem in Acht Hab ich Ist ok Ja Hör ich, willst du? Geht urisch Ein Totem noch und dann Naja, bleibt oben einfach, bleibt oben, macht damage jetzt Du komm bleibend, ja Hemmst du die Q-Down? Mh 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 Im Mike Teint Du kommst, lass Du kommst, lass Ja Du kommst, lass Untertitelung des ZDF, 2020